Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchelder und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar durch euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Mount aus der Protosynthesenschmiede. Und dazu habe ich mir mal wieder was mehr oder minder Schickes rausgesucht. Und zwar hier diesen Genesis-Krabbler. Als allererstes würde ich sagen, schauen wir uns einmal das Mount-Special an. Und es soll gleich mal gesagt sein, von dieser Art Spinne gibt es auch wieder mehrere Modelle, die wir uns ebenfalls hier in der Protosynthesenschmiede herstellen können. Da werde ich dann auch nochmal extra Videos zu bauen. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was wir machen müssen, um dieses Mount zu craften. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst wenn ihr eine Forquest bewältigt habt. Diese Forquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbanden eine Konsole freigeschalten. Und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir. Und die schimpft sich einfach Chiffrin-Konsole. Bei der Chiffrin-Konsole müssen wir dann folgendes skillen, und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soar Thomas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest, und zwar hier im Lager Hult des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste seht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Militbereich spielen. Denn sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so weit mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest, und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali. Die startet einmal auch wieder in der Hult des Pilgers. Schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede, und dort können wir dann die Quest abgeben. Wir kriegen schon mal ein paar Muts für das erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten. Das ist das hier. Und dann habt ihr erstmal nur einen Plan, und dann sollten wir als nächstes lostickern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir zum Bauplan Genesis-Krabbler. Und dieser befindet sich jetzt wieder auf so einem pyramidenförmigen Gebäude drauf. Und wir sind jetzt einmal hier oben auf den Koordinaten 31,50. Und hier kommen wir relativ simpel hoch. Also da könnt ihr einfach hier vom Boden hochhatschen. Und dann haben wir hier in der Ecke den Bauplan drin. Also um mal zu zeigen, hier ist dieses Gebäude, da könnt ihr dann einfach hochlaufen. Und in der Ecke ist der Bauplan drin. Ich laufe jetzt mal noch ein bisschen hier rüber. Und da seht ihr, wir sind quasi, wenn ihr jetzt hier hochlauft, auf der rechten Seite. Oh, jetzt muss ich schnell sein. Der eine hat das geplündert. Man hat dann immer nur so in etwa eine Minute, um den Plan zu plündern. Sonst verschwindet er. Und man muss dann halt wieder hoppen oder quasi warten, bis er nachspawnt. Sobald ihr euch den Plan gefarmt habt, brauchen wir folgende Matts für das Reitier. Und zwar einmal brauchen wir diese Genesis-Partikel. Und davon sind es insgesamt 400. Dann brauchen wir ein Schmuckstück der reinen Innovation. Und dann brauchen wir noch ein Tachnaridengitter. Und sobald wir die Materialien haben, können wir das Mount craften. Und wo ihr die kriegt, das zeige ich euch jetzt mal. Dann kommen wir zum ersten Item. Und zwar den Genesis-Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. Und so ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pads einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73. Und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen. Und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in einer Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis-Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis-Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen. Einfach rein queuen. Ihr könnt das in einer 5-Mann-Gruppe machen. Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen. Das bedeutet, das sind 2 4-Mann-Gruppen. Und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie sie dann alle untacken. Ich kann euch noch 1, 2 Tipps geben erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmen. Dann kann man eigentlich die 2 immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens 3 Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit ranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK-farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitalisch schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pulle jetzt mal 1, 2 Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff. Toxitalisch heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern. Alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit als Schaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Live haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts. Und ich fahre einfach 2-3k DPS. Das ist einfach nur Toxitalisch passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid, ich sage mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFK'd, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber Toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle 2 Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man Toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von 2 Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet. Denn nach 2 Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann erhaltet ihr, glaube ich, bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle 2 Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbanden in der zweiten Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das erste bei Akkularisch. Und dann am besten hier noch die anderen Sachen mitskillen. Hier das letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Wie funktioniert das? Wenn ihr das erste geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren. Und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Hier zum Beispiel, ah, da haben wir es schon, Toxitonisch. Das könnt ihr euch holen. Oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also Toxitanisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall Passive Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut da ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen. Wenn ihr ein bisschen Gold überhabt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen. Und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir jetzt noch zum Tachnaridengitter. Und das können wir von den ganzen Spinnenmobs kriegen. Unter anderem von diesem Tachnarid hier unten. Die sind hier auf den Koordinaten 56, 30. In dem größeren Bereich sind hier diese Spinnen. Und natürlich kann die Mutterspinne das auch druppen. Die hier einmal in der Höhle bei den Koordinaten 54, 43 ist. Ne, 34, so rum. Das Schmuckstück reine Innovation bekommen wir einmal hier bei Firm in der Höhle. Also Höhle des Verbanden. Da müssen wir einmal rein. Und wenn wir dann in der Höhle drin sind, seht ihr, müssen wir einmal hier reinlaufen. An Firm vorbei. Und hier hinter ist so ein Pad. Und dort ist so ein kleines Bettchen. Sofa, keine Ahnung was das sein soll. Und hier drauf kann man dann so ein Item anklicken. Davon könnt ihr maximal zwei haben. Brauchen wir auch für zwei Mounts. Und das ist relativ selten. Hat anscheinend eine ewig lange Respawnzeit. Ich habe jetzt einfach das so gemacht, dass ich ein bisschen Server gehobt bin. Ich glaube so 30 Server bin ich durchgehobt. Dann habe ich es gefunden. Gleich mit meinen beiden Chars rausgelootet. Und das können anscheinend mehrere plündern. Wird wahrscheinlich dann nach ein paar Sekunden oder ein paar Minuten despawnen. Und dann dauert es halt wieder eine längere Zeit, bis das wieder auftaucht. Also wenn es da ist bei euch, dann könnt ihr es euch einmal mitnehmen und vielleicht auch anderen Leuten Bescheid sagen. Sobald ihr euch dann den Plan gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Matts besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur ein Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt. In einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter. Und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets. Und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Matts farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine extra Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Tala. Bis zum nächsten Mal. Ciao.